Hier sind doch alle Bülken So, und jetzt müssen wir hier... Mal gucken? Ja, jetzt haben wir noch Wir müssen jetzt nach unten sitzen Genau Weiter, 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 weiter Das wird noch heiter Sind wir Kammerforscher, oder? Das ist die einzige, die uns durchnimmt Die ist da oben Da oben ist heiter So Jetzt wirds doch langsam Richtung grün Langsam mit den Missionen Oh Da müsstest du eigentlich... Ich such schon mal die nächste raus Weil das nicht wie wärs, der wird eine schlechte Mission Guck mal, das haben wir sogar schon Eins von denen Overlook haben noch nicht fertig gemacht So, was gehts zu den nächsten? Und denn? Wir müssen... Ähhh... Wir müssen wieder zurück Ja, genau Durchfahren Geradeaus dort Jetzt? Gibst du den Weg? Einfach nur geradeaus? Nicht geradeaus, dann falle ich gegen die Wand Ah, da, den Beinweg Wir müssen auch über die Brücke einmal rüber Wir müssen hier nach... Einfach schnuss das geradeaus Und dann müsste irgendwo Brückenweg oben sein Wir müssen auch über die Brücke einmal rüber Achso, die wir gerade runtergelassen haben Genau Brücke einmal noch rüber Genau Genau Falk der Straße bis irgendwann... Nach links gehen Nach links gehen Jetzt nach links Das ist aber schon da Das ist schon wieder da Ne Beide Rans für hier Und wenn er macht dann Da oder wie der Kapp Aus gehts! Ich hab nicht mehr so viel MP Money Ich hab nicht mehr so viel MP Money Ich hab nicht mehr so viel MP Money Spiel gehört... Erhört meine Kibete Und jetzt hier und hast du ja gefunden oder? Ja Wer hat hier den Alarm angemacht? Keine Ahnung Das waren die Gegner Ey, der hat gerade gesagt Er kippt sich Hier ist die Piste Die Piste ist da hinten Ja hier ist die Piste Hier ist Bewaffnung Die Hier aber kriegen wir verdienen A3 Was ist denn hier wenn du willst? Das ist nicht so sichtbar Dort dahint ist auch ne Kiste Warte Ich bin wahrscheinlich die Kiste hier Oh So Digga komm mal her hier Zügellose Äh Hilfeskill Die Piste Auf zur Kiste Auf zur Kiste Auf zur Kiste Nein ich sie kippeln So 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 die nächste Mission ist Bestimmt so ganz lang Mal austauschen kurz Direkt die Klage Geht eigentlich Direkt die Klage Und danach äh Alter Eke Neuer Regie kommt Äh jetzt könnt ihr alle nach der Reihe machen Aber Overlook Was wird denn die Stadt denn stehen? Ist die Ist das gar nichts hier? Wird ja noch Wie ist das? Aber guck mal wie das vorher aussah mal Ich kann mir vorstellen dass das hier so wie das aussieht Ähm Die eine Station wird Bessert ihr eine Schutzstation Nee das Casino Diese Von den Von diesen Ähm D-Blatt Leuten Ja Ja das ist das hier Das Ja das sieht irgendwie so ähnlich aus Das ist Overlook oder? Ja wir sind in Overlook ja deswegen Ja wir sind in Overlook äh Gut los geht's Position Gut Wir kennen Wir müssen uns nach unten fahren Und dann einfach nach links Und dann längst die Straße entlang Das ist auch schon leider näher Ab durch den Tunnel Und dann nach links Da vorne ist er gleich Jetzt da liegen sie Wirklich Ist es Ist es So Probe haben wir schon mal erste Sinnmacher töten Okay Guck mal hier Da kommt er blah 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 зв1 Perfekt der dreht sich genau Das wäre Tod deLYTELW� Oh der Raketwerfer Yeaaaa Der ist voll scheiße Und da hast du das Auto neu respektiert, yeeeey! Aber was neu ist? Guck mal, wir beide sind fern, das ist das nächste. Komm zu dir hin! So, sag ein. Hef, bitte. Einfach nur da. Geh es genau in die richtige Richtung. Gras entlang. Ganz genau, und danach gerade ist einfach nur. Da vorne haben wir schon. Und er müsste da oben müssen. Schöne Tiersche. Geh, das Auto geht wieder kaputt. Das ist nicht schlecht, ja. Oh, ich schmier die Kiste. Oh, Maschinen. Ach, ich nehme mal mit. Ach, ich nehme mal mit. Und nur Mod für mich. Aber mit Reifelschein. Oh, ja, das ist der Sturm. Geil. Plus 6 kommen mit Reifelschein. Jawoll, Alter. Perfekt. Das wollte ich mir vorhin kaufen, aber das war schweinig teuer. Das weiß ich nicht. Stirb! Oh, du. Was soll ich dir verkaufen gehen? Zieh mir das ab. Das würde ich aber nicht ausrüsten. Oh. So, nächste Mission ist dann. Frage. Alter Ego. Ja, jetzt müssen wir zum Plata hingehen. Okay, kommen mit Reifel, einfach scheiße. Aber die Watt ist geil. Ja. So. Du bist ja zur Stadt wahrscheinlich, oder? Ja, wir müssen wieder die Brücke hinauf. Was für die Brücke? Äh, das Chain ist tauernd behalten wir die Brücken. Wer ist doch das mit denen. Das ist die Hauptmission. nicht hier. Okay. Bekommen, und du hast... äh... äh... ...Ach... 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 ...Es ist noch ne Mort für mich. Lieber das... was will zu der jetzt hier hoffe ich nicht um man ja klar jetzt läuft er weg der chief oder ich sage ich helfe ja das ist noch nicht schön auf die Beine, Soldat wir bringen da mehr Flugblätter mit zu verbrennen ja, ich hab auch schon auf mein Südmeer gesagt ja, ich kann mir auch noch Geld mitbringen zu verbrennen was ist denn da? ich erwarte den Schlag, klar, ok ja, danke ja, noch ein Flugblatt so, als nächstes müssen wir dann nach ähm das hier New Haven oder hier nach unten äh, wir gehen nach West wir haben hier noch zwei nach Westen gehen wir dann nicht East, sondern Westen ach, siehst gerade ach, genau, das ist die Arena perfekt ach ach ach, der Typ, Alter mit seinem Kack msa bumsa so Bision Bision könnte man schon annehmen wenn du die neue Gegend kann man schon freischalten dann kommt zu den Porten was machst du nicht nicht falsch wie sind so viele Gegenden wir sind wir sind da schluss schluss kauf mir ein erstes hilfe schluss du kannst es nicht bereuen ja, was machst du was für eine Pest Underpass ist kaum West was kommt Rest hier 28 nach oben ey, schade, dass du schade, dass du mit dem Sportcheck könnte das schon jetzt nicht holen können ich will eigentlich schon 28 ja schon äh brauchen wir jetzt noch nicht machen wir gehen jetzt äh nach der Arena machen ja äh die Mission erstmal ausbauen würd ich mal sagen was da ist doch die Hauptmission noch aktiv ah wer ist doch die geheimnis treffen geheimnis treffen geheimnis treffen geheimnis treffen äh das ist auch was das ist nämlich die nächste Gegend schon das ist nämlich der nächste Club Trip wenn mich der Hardrucker abkällt du wirst langsam Richtung nächstes der nächste Club Trip nix die Gegend nix die bist nur durch die Tür gekommen ohne Fahrer wär so bitte hehehehe hast du telekinetische Kräfte neuerdings? mhm hehehe nach oben geradeaus geradeaus ok, Jungs, Jungs geradeaus rechts jetzt muss er jetzt kann er schnappen über die Brücke geht er lange mitfahren da vorne ist es doch jetzt noch rechts die Lücke ey die Lücke ey ja die Lücke ist so unnötig ja die Lücke ist so unnötig die Spider-Experten auseinander genommen ne mach die schon fertig dann steigen wir gleich wieder auf wisst du da ich kann mich gleich mal ein bisschen das werde ich gleich machen können weil wir waren hier oben schon wo du wolltest hin soo soo ja gut ja gut die nächste müssen wir kennen ja die bei Joe Haven ja sondern wir müssen ja 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 ja